Pietro Lombardi und Laura Maria Reiper sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Doch jetzt schickte die Influencerin ihren Verlobten zum Schlafen ins Gästezimmer. Das steckt dahinter. Kriselt es etwa bei Pietro Lombardi und Laura Maria Reiper? Eigentlich schweben die beiden aktuell im absoluten Babyglück. Erst am 23. August 2024 kam ihr zweiter gemeinsamer Sohn Amelio zur Welt. Doch nun überrascht der Sänger seine Fans mit einer unerwarteten Beichte, er muss im Gästezimmer schlafen, seine Laura will ihn nicht im gemeinsamen Bett haben. Aber warum, das klärte er jetzt auf Isentagram auf. In der Instagram-Story von Pietro Lombardi berichtet er, dass er sich aktuell nicht so gut fühlt. Nase zu, Hals zu, katastrophal. Seine Verlobte Laura Maria Reiper zog daraufhin direkt Konsequenzen und schlug ihm vor Schlaf erst mal im Gästezimmer. Die Verbannung aus dem Ehebett nahm der DSDS-Star erst mal als voll freundlich und voll süß auf. Doch dann schlich sich ein Verdacht bei ihm ein. Hat Laura Maria etwa keinen Bock mehr auf ihren Liebsten? In seiner Story lässt er die Fans abstimmen, doch das Ergebnis lässt etwas anderes vermuten. Die wahrscheinlichere Antwort liegt wohl auf der Hand, wie er weiter entlarvt. Meine Vermutung ist, dass sie einfach nur nicht will, dass die Kinder krank werden. Als er seine Verlobte zur Rede stellt, ob das der wahre Grund ist, druckst diese nur herum und fragt ihn noch einmal, ob es ihm gut gehe, denn er habe so glasige Augen. Da scheint Laura Maria Reiper den wahren Grund wohl nicht ausplaudern zu wollen. Wenn die beiden Söhne Leano und Amelio noch beide bei den Eltern im Zimmer schlafen ist, bleibt dem kranken Papa wohl nur noch das Gästezimmer, natürlich nur zum Schutz der Kleinen.